Squishy No-Bones präsentiert Scheißi das Eichhorn Buch 1, Kapitel 10 Hallo zur Information. Das hier ist schon Kapitel, wie gesagt, 10 dieses albernen Geschichtchens über ein Sticken des Eichhorn namens Scheißi und seine Abenteuer. Gespickt mit mehr oder weniger witzigen Wortspielchen und eben solchen Fäkale-Witzen. Ja, ist so. Was bisher geschah, bla bla bla, bla. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich hier den ganzen Scheiß normal wiedergebe. Bei Kapitel 10. Hört euch doch den ganzen Mist von vorne an oder schlagt ihr auch ein Buch in der Mitte auf und erwartet am Anfang jedes Kapitels ein beknacktes The-Story-Sofar. Wie dem auch sei, die Polizei vorneweg Hollisburg-Holmes wollte das stinkende Biest nicht mehr auf seinem Revier haben und nun, naja, geht's weiter. Ganz benommen von den Eindrücken der großen Stadt Frankfurt stolperte Scheißi blind in das Getümmel der verschiedensten Tiere. Hier war alles vertreten. Große Katzen, kleine, aber potenziell übergewichtige Hummeln, parfümierte Illtisse, darüber flatterten geschäftige Spatzen und gelangweilte Enten durch die Straßenschluchten. Das Ganze potenziell mitteleuropäische Gekrepel, weil das so die Breiten sind, in denen ich mir diese Geschichte so vorgestellt habe. Auf zig Spuren dröhnten Autos der verschiedensten Formate nebeneinander her. Außen die kleinen, vor allem für Mäuse oder gar Insekten, in der Mitte die fetten Schlitten für die Schweine. Das Eichhorn war naturgemäß von dem Wirrwarr an Farben, Lärm und Gedränge maßlos überfordert. Entsprechend kreischte Scheißi auf, als er an einer Ecke plötzlich angesprochen wurde. »Hey, du!« sagte eine Stimme mit überschäumend entnervender Fröhlichkeit. Wie gesagt, Scheißi kreischte. »Hey, nicht erschrecken!« sagte das Vieh vor ihm, ein motiviert grinsendes Rosettenbeerschweinchen mit einem Klemmbrett in der Hand und einem Namensschöldchen, das ihn als Rikirektum Urotron zweiter Ordnung auswies. »Hast du einen Moment Zeit?« »Hallo, ich bin Scheißi!« »Na, das ist ja toll.« »Ja, finde ich auch!« »Hättest du Interesse, einen Persönlichkeitstest mitzumachen? Damit kann man in dir verborgene Talente entdecken.« »Verborgen?« »Ja, versteckt in dir.« Scheißi guckte nach unten und fing an, seinen Bauch abzutasten. »Da ist jemand in mir!« Das Meerschweinchen schaute ihn kurz irritiert an. Rikirektum wusste nicht, dass diese schicksaleshafte Begegnung sein Leben verändern würde. Vielleicht zum Besseren, vielleicht auch nicht. Mal sehen. In jedem Fall sammelte er sich schnell wieder und kramte etwas für die Situation Passendes aus seinem auswendig gelernten Phrasenbuch heraus. »In jedem von uns schlimmern mehr Talente, als wir wissen. Genau genommen nutzen wir nur zehn Prozent unseres...« »Ich wusste gar nicht, dass da überhaupt irgendwer in mir schläft.« »Wie? Ach so, nee, nicht wörtlich. Also, wir benutzen nur zehn Prozent unseres Gehirns.« »Unseres... Was?« Fragte Scheißi, während er weiter misstrauisch seinen Bauch abtastete. »Gehirn!« Lachte Ricky erleichternd, weil er sich sicher war, Scheißi mache einen Witz. Sein Job war um einiges einfacher, wenn sein Gegenüber locker und humorvoll an die Begegnung heranging und ihm nicht, wie gestern, das Klemmbrenn über den Schädel gezog. »Das Ding in deinem Kopf!« Scheißi begann, seinen Kopf abzutasten. Das Meerschwein begann, sich wieder kurz unwohl zu fühlen. »Äh, ja. Möchtest du auch wissen, welche Talente in dir versteckt sind?« »Ich will wissen, warum die in mir sind. Können die nicht woanders sein? Haben die sonst kein Zuhause?« »Äh, nein.« »Ich habe ein Zuhause.« »Ja, das ist sehr schön, aber das hier ist anders. Talente! Verborgene Talente, die entdeckt werden wollen. In dir drin? Möchtest du sie finden?« »Klar!«, sagte Scheißi und steckte sich ein Finger ins Ohr, dann schnell in die Nase, dann schnell in den Hintern, um darin herumzutasten. Das Meerschwein beobachtete ihn verwundert. »Okay, was machst du da genau?« »Ich suche«, sagte Scheißi. »in mir drin.« »Aber nix. Wo sind diese Talente denn?« »Das, äh, komm nur mit in unser wundervolles Diuretikzentrum. Gleich hier um die Ecke. Dort können wir deine verborgenen Talente finden.« Das Meerschwein führte Scheißi zu einem nahen Gebäude in einer klebrigen Seitengasse, über dessen Tür ein goldenes X und darunter in eben solchen gruselig-kitschigen Buchstaben die Worte »Diuretikzentrum« standen. Durch das pompöse Portal hindurch erreichten sie einen größeren Raum, an dem an vielen kleinen Tischen die naiven Opfer des für jeden außer Scheißi offensichtlich dubiosen Clubs saßen und Detest ausfüllten. Auch Scheißi wurde an einen dieser Tische gesetzt, dann legte das Meerschwein einige bedruckte Bögen Papier vor das Eichhorn. »So, hier sind die Fragen. Du kannst jede von ihnen mit »Ja, vielleicht« oder »Nein« beantworten. »Hier hast du einen Stift, dann kann es losgehen, ja?« »Ja, sehr gut, sehr gut. Was kann losgehen? Na, der Test?« »Die Suche?« »Ja, genau. Und denk dran, dieser Test wird dein Leben verändern. Es geht hierbei um deine Zukunft«, fügte Ricky hinzu, unwissend, dass es gerade seine Zukunft war, für die sich hier die Weichen unwiederbringlich stellten. »Um das Wecken von Talenten.« »Äh, Talenten, die in dir schlummern. Richtig. Und das fängt jetzt an.« »Ja, los geht's!« Scheißi holte tief Luft und brüllte dann quer durch den Raum. »Wacht auf! Wacht auf, ihr Talente!« »War das gut, Jo?« setzte er an das Meerschweinchen gerichtet hinzu. Das angesprochene Getier starrte Scheißi genauso verblüfft und schockiert an wie alle anderen im Raum. »Ich bin mir nicht sicher«, sagte der Diuretiker vorsichtig, »ob du mich verstanden hast. Du sollst beantworten, was da auf dem Zettel steht.« Scheißi blickte auf dem Tisch herum, fuchtelte über dem Papier, tastete es ab und zuckte dann mit den Schultern. »Da steht gar nix drauf«, er zeigte in die Luft über dem Tisch. »Guck, nix, was mich was fragt.« »Nein, du sollst...« Das Meerschwein verlor kurz die Fassung, versuchte sich dann aber zu beruhigen. Es atmete tief durch. »Ein, aus, ein, aus«, die Atemtechnik der dritten Figur nach Chromotoricus, dem Groben. Dann begann es von Neuem. »Du sollst die Fragen beantworten, die auf diesen Zettel geschrieben sind. Ich kann nicht lesen.« »Und du bist Analphabet?« »Nein, ich bin scheißi, das Holzwolle statt hier in Eichmann.« »Das beantwortet meine Frage auch. Pass mal auf, scheißi«, seufzer. Alle Hoffnungen, dieses komische Nagetier hier seinem sinnfreien Persönlichkeitstest zu überlassen und selbst wieder zurück auf die Straße zu kommen, um sich dort im Dienste der Sekte und ihrem groben Führer Ron L. Blubbert zu prostituieren, verflüchtigten sich. Ricky Rectum brauchte jeden Neuen, um endlich zum Urotron erster Ordnung aufzusteigen, was ihm im gemeinsamen Diuretik-Wohnheim endlich das Anrecht auf eine Bettdecke, wenn auch aus grobkratzigem Jagdfilz, eingebracht hätte. Und es wäre ein Schritt weiter auf der Leiter nach oben gewesen, an deren Ende eine Eintrittskarte zu Ron L. Blubberts polidimensionalen Raumschiff wartete, das eines Tages alle Auserwählten auf eine Reise in die Analdromeda-Galaxie mitnehmen würde. Ricky setzte sich auf einen Stuhl. Machen wir das so. Ich stelle dir die Fragen und du antwortest, ja? Stellst du dich dafür auch auf die Zettel? Ich glaube nicht. Denk nicht über die Zettel nach. Kümmer dich um nichts. Nur die Fragen, die ich dir stelle, sind von Interesse verstanden? Nein. Gut, egal. Fangen wir an. Die erste Frage lautet, Machst du gedankenlose Bemerkungen oder Anschuldigungen, die dir später leidtun? Ich mach nur Kacka. Nein, 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 nein. Mach ich nicht? Doch. Also, Kacka. Nein, verdammt. Ich meine, ja, aber du musst mit Ja, Vielleicht oder Nein antworten. Also nochmal, machst du gedankenlose Bemerkungen oder Anschuldigungen, die dir später leidtun? Ja, vielleicht und den Rest hab ich vergessen. Ich, äh, ich schreib mal einfach vielleicht hin. Okay, gut. Äh, nächste Frage. Wenn andere aus der Fassung geraten, bleibst du dann ziemlich ruhig? Fassung? Ach, bitte. Wir haben hier 100 Fragen. Warum kannst du sie nicht einfach beantworten? Los, sag. Wenn andere aus der Fassung geraten, bleibst du dann ziemlich ruhig? Ähm, ja, vielleicht nein. Du willst mich nicht verstehen, oder? Muss ich das denn? In diesem Moment verlor Ricky die Fassung und Scheißi blieb ziemlich ruhig. Das Meerschwein kreuzte mit dem scharfkantigen Stummel des frisch zerbrochenen Bleistifts Ja an. Drittens. Blätterst du einfach zum Vergnügen in Eisenbahnfahrplänen, Telefonbüchern oder Wörterbüchern? Er schüttelte den Kopf und kreuzte nein an. Von hinten näherte sich die schlanke Gestalt einer grinsenden Katze. Mama, junger Ohrtorn, fragte sie und setzte betont hinterher. Zweiterklasse. Gibt es Probleme mit diesem Aspiranten? Oh, Meister Pinkelpott, dieses junge Tier hier ist interessiert, doch er begreift nicht. Er ist zu blöd. Kann er denn lösen? Nein, Meister, auch das bleibt ihm verwehrt. Hm, hast du ihm die Fragen vorgelösen? Ja, aber er versteht, wie er sie noch, wie er antworten soll. Eigentlich versteht er gar nichts. Es ist überhaupt ein Wunder, wie er es bisher geschafft hat, zu überleben. Ich meine, der ist zu dämlich zum Kacken. Es würde mich nicht einmal wundern, wenn der Scheiße fräse bei dem Mundgeruch. Das tue ich tatsächlich, schaltete sich das Eichhorn ein. Ricky und der Meister Pinkelpott blickten das Eichhorn mit großen Augen an. Die Katze räusperte sich. Aber, aber, mein Junge, willst du etwa aufgeben? Das Meerschweinchen sah den Meister mit schamerfüllendem Gesicht an und sagte, Ich weiß nicht weiter. Ein Rückschritt wäre schade. Denk an die großen Energien, die dir die Diuretik verleiht. Und wie ich das sehe, kannst du es schaffen. Willst du es schaffen, wirst du es schaffen. Du darfst nur nicht aufgeben und nicht die Geduld verlieren. Meister, ich bin verwirrt. Das legt sich mein Sohn, sagte die Katze ruhig und legte die Pfote kurz auf die Schulter des Meerschweinchens, das instinktiv zusammenzuckte. Denk an die kratzige Bettdecke. Dir fehlen nur noch elf Techno-Points für den Aufstieg. Ich komme gleich noch mal vorbei, um zu sehen, wie es läuft. Lautlos trottete Pinkelpott davon. Wieder allein mit dem Eichhorn säufzte das Meerschweinchen auf. Der hat ja keine Ahnung, murmelte es, bevor er sich wieder Scheiße zuwandte. Also, mein Freund. Scheißes Augen weiteten sich bei diesem Stichwort. Freund? Sagte er. Ich bin dein Freund? Äh, naja, das. Sagte der junge Diuretiker verlegen, wurde rot und sah sich um. Andere Mitglieder seiner Gruppe glotzten ihn erstaunt an. Er wollte auf keinen Fall, dass auch nur der geringste Verdacht besteht. Er kann ein scheiße fressendes Untier näher. Also sagte er laut. Nein, bitte lass uns weitermachen, du bist nicht mein Freund, das habe ich nur so gesagt. Dann bist du keine eingetretene Getränkepackung. Äh, tut mir leid, ich verstehe dich jetzt nicht. Ich verstehe mich auch nicht, sagte Scheißi und kratzte sich möglichst umständlich am Anus. Der Urotron zweiter Ordnung widmete sich mit leicht ansteigender Transpiration wieder dem Test. Äh, pass auf, ich versuch's noch einmal. Folgende Frage, wenn du um eine Entscheidung gebeten wirst, ja, Entscheidung, ja, wenn du um eine Entscheidung gebeten wirst, würdest du durch die Zuneigung für die dadurch Betroffene, äh, meine Güte, das versteht ja keiner, würdest du durch die, also, nochmal, wenn du gebeten würdest, eine Entscheidung zu treffen, würdest du durch deine Zuneigung zu der betroffenen Person bzw. deine Abneigung gegen sie beeinflusst werden. Was? Ricky notierte, vielleicht. Okay, fünftens. Beabsichtigst du zwei oder weniger Kinder in deiner Familie zu haben, obwohl deine Gesundheit und dein Einkommen dir mehr erlauben würden? Ich hoffe mal nicht, du willst sie nicht vermehren, oder? Wer? Ja, du. Ich? Ja, wer denn sonst? Vielleicht der da, sagte Scheiße und zeigte auf einen jungen Regenwurm am Nebentisch. Der hat doch mit uns gar nichts zu tun. Ich frag mal, sagte Scheiße und lehnte sich nach hinten, tatschte dem Wurm auf die nicht vorhandene Schulter. Hallo? Ja? Fragte der Wurm und drehte sich um. Äh, willst du dich vermehren? Wie bitte? Er fragt das, sagte das Eichhorn und zeigte auf das Meerschwein, weil hier ist die Schnauze in den Pfoten von Grob. Der Regenwurm guckte ihn verwundert an, sofern man das bei Regenwürmern beurteilen kann. Ist das eine Anmache? fragte der Wurm Ricky. Es geht um Frage 5, erklärte er schweratmet. Oh, die Frage war nicht leicht. Ich meine, ich bin noch jung und da weiß man ja noch gar nicht so richtig, aber man will ja auch nicht irgendwie geizig oder egoistisch darstellen. Also, ich schwanke da noch zwischen Nein und Vielleicht. Ich meine, das hängt ja auch davon ab, mit wem und so, ne? Verstehen Sie? Er lachte verlegen. Das interessiert doch jetzt keine Sau! Blaffte Ricky den Regenwurm an, der sich daraufhin aufrichtete und laut zurückschnappte. Mit Ihnen würde ich mich sowieso niemals vermehren wollen! Dann kroch er zur Tür hinaus. Ich kann nicht mehr! Das Meerschwein biss auf den Bleistiftstummel und spürte darauf die unmissverständlich prädatorische Präsenz von Meister Pinkelpott in seinem Rücken. Ma, kommst du mit deinem Freund hier voran? fragte die Katze. Das ist nicht mein Freund! Aber, aber, mein Sohn, sagte der Meister mit einem kühlen Lächeln. Duld ist der Segen, der Segen des anal-dromedarischen Transferiums. Beherrsche deine Impulse, oder brauchst du noch ein paar weitere Sessions an der Blubbertschen-Zaktü-Lüt-Box? Meister, dieses Biest treibt mich in den Wahnsinn! Die Katze schaute kurz zu Scheißi rüber, der grinsend da saß und den Wärme-Jingle für Kotzfelder-Kotzfett. Das Gute, nur echt mit dem Buttersäure-Geschmack, vor sich hin summte. Du musstest dieser Herausforderung stellen, junger Alkolyt. Bei welcher Frage seid ihr denn? Ricky wühlte in den Papieren. Frage 6, sagte er. Bekommen Sie manchmal ein Zucken in den Muskeln? Ich meine, ich habe Zuckungen in den Muskeln, in allen Muskeln. Ich kriege gleich einen epileptischen Anfall mit dem Teil. Die Katze schüttelte den Kopf. Epilepsie ist ein Zeichen der Besessenheit durch die unterirdisch lebenden Hämorrhoiden, mein Meister, das weißt du noch, oder? Natürlich, Meister. Die Geister der Hämorrhoiden kriechen durch den Anus in den Körper und reizen das Wurzelkackrass und das Zuckungen die Wirbelsäule hinaufkriechen. Und was tut man dagegen? Die Zack-Tünn-Lüt-Box. Genau richtig. Und warum hast du gerade so reagiert, als ich unseren Freund hier... Nicht mein Freund! Oh, entschuldigt, Meister, das ist alles seine Schuld. Die Katze schaute zu Scheiße hinüber, der zu erklären ansetzte. Piskop ist mein Freund! Ach, ist er das, ja? Ja, genau, aber da war noch etwas. Scheiße schien zu überlegen, was in keiner Weise bedeutete, dass da auch nur die geringste Chance bestand, dass dabei etwas Vernünftiges herauskam. Entsprechend sagte er... Oh, richtig. Ich bin nämlich auch sein Freund. Und wir spielen Nusswurf. Es folgte eine entsprechende Bewegung bei der Scheiße nicht nur vom Stuhl, sondern den ganzen Tisch mitsamt Test und Bleistiftfragmenten mit, sowie die Aufmerksamkeit des ganzen Raumes erneut an sich riss. Aus tiefster Selbstdisziplin heraus erzeugte der Meister Pinkelpott Urinarius das überzeugensfreundliche Grinsekatze Grinsen, das je außerhalb von Alice's Wunderland gegrinst wurde. Ich denke, wir werden dieses Wort heute einfach nicht mehr benutzen. Er tätschelte dem Meerschwein wieder auf die Schulter und sagte... Ich lass dich noch ein bisschen mit ihm alleine. Gib dich auf, ich vertraue dir. Als der Meister gegangen war, saß das Meerschwein vor dem Eichhorn am Tisch und ließ die Schultern hängen. Was mach ich jetzt nur mit dir? Scheiße grinste und sagte... Du siehst mich an! Unglaublich! Zum ersten Mal hast du eine Frage richtig beantwortet. Trotzdem hilft mir das nicht im geringsten weiter. Verträumt starrte der Diuretiker auf das Blatt mit Fragen, ließ die letzten Minuten Revue passieren und suchte nach einem Ausweg aus der Misere. Er wollte seinen Meister nicht enttäuschen und sich selbst nicht bloßstellen. Ihm kam eine Idee. Sag mal, Eichhorn! Mal, Eichhorn! Was? Hallo, was? Willst du eigentlich die verborgenen Talente in dir finden? Ja! Ganz sicher? Ja! Ich glaube, das willst du gar nicht. Nein! Nein, du willst die gar nicht finden. Will ich nicht? Nein, ganz sicher. Äh, ja, na gut. Das Eichhorn war etwas verunsichert. Dann will ich sie nicht finden, wenn du das sagst. Nein, nein, ich sage das nicht. Du sagst das. Ich? Scheiße sah ihn vollkommen verwirrt an. Ja, genau. Du sagst, dass du deine verborgenen Talente nicht finden willst. Äh, äh. Mit einem fröhlichen Gut! zehrte das Meerschwein scheiße jeden Widerwillen, ihn zu berühren, vergessen zu Meister. Meister, das Eichhorn hat etwas zu sagen. Hat er es? Die Katze beäugte das Eichhorn misstrauisch, dass ihn Blöde anglotzte. Was denn? Hallo, ich bin... Nein! schrie das Meerschwein dazwischen, fuhr dann aber leiser fort. Das nicht. Du wolltest ihm sagen, dass du deine Talente gar nicht finden willst. Will ich nicht! Das hast du doch gerade gesagt. Äh, ja, hab ich. Der Meister sah die beiden Tiere vor ihm durchdringend an und fragte dann scheiße. Du hast also kein Interesse mehr an uns. Was? fragte das Eichhorn. Nein, hast du nicht. raute das Meerschweinchen ihm zu. Okay. Du hast noch einen ganz wichtigen Termin. Wo? Und du musst jetzt ganz schnell weg. Ach was? Okay. Schweißperlen standen auf der Stirn des Rosettenmeerschweinchens, als es Scheißi unter dem bohrenden Blick seines Meisters zum Ausgang schob. Das Leben würde für Ricky Rektum nie wieder das Gleiche sein. Doch was sich von nun an dramatisch ändern würde und wie sogar das ganze Universum eines Tages bei seinem Namen erzittern würde, das werden wir hier nicht erfahren, denn es geht ja nicht um ein blödes, kriegendes Meerschweinchen, sondern um Scheißi. Ja. Und beim nächsten Mal gibt es dann ein Wiedersehen mit dem Bürgermeister. Ja. Bis dahin. Hallo. 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 Hallo.